Jetzt wird hier aber auch richtig dunkel, ne? Ist nicht so gut. Laufen bestimmt noch andere Tierchen rum, als die süßen kleinen Häschen. Äh, Eichhörnchen vielleicht. Vielleicht kriegt die ja besser, Moment. So. Ne, das ist auch ein Häschen, ne? Ja, aber... Wie soll ich die denn kriegen? Ähm. Nehme hier mal noch ein paar Steinchen mit, dass wir hinterher schmeißen können. Weil ich befürchte, ich muss gleich mir irgendwo jetzt schnell, äh, Feuerchen machen. Ich hätte nur gern echt so'n, so'n, so'n Häschen jetzt gefangen. Ist da eins? Ich glaub schon. Ne, das ist nur ein Strauch, ne? Upsi. Da oben ist eins. Die Frage ist echt, wie... Wie zieh' ich denn da jetzt? Na, nee. Ja, wie nehm' ich das denn mit? Jetzt hab' ich's getroffen, aber wie nehm' ich's denn dann mit? Das ist doch Müll. Das ist doch Müll. Ich dachte, dann schieß' ich noch mal nach... Schieß' ich noch mal drauf. Aber... Das hat's ja jetzt auch nicht so... Na gut, ich hätt' treffen müssen. Aber ich weiß halt nicht genau, wie ich damit ziele. So, und wir sind echt arschkalt. Wir sind so quasi total unterkühlt. Na, komm, dann machen wir uns erst oben ein Feuerchen. So, mal ein bisschen sprinten hier. Muss dem dann nicht wärmer werden? Also, wenn ich ein paar Meter laufe, dann wird mir wärmer. Ne, geht nur außer Pustier. So. Aber, ich würd' sagen, wir bleiben hier einfach jetzt am Feuer... Äh, am Flugzeug. Und machen da ein Feuerchen. Schnaufi, schnauf. So. Trinken. Was war das? Hier war das. So, Feuer machen. So. Feuer machen, so. Damit uns ein bisschen wärmer wird, dann können wir irgendwas trinken. Jetzt haben wir natürlich nichts zu essen, weil wir diese blöden Häschen da nicht kriegen. Hm. Ja, aber müssen wir... Können wir die dann direkt... Müssen wir die aufsammeln, oder... Wie sieht das aus? So. Hinzufügen. Wir machen mal... Fünf Stunden wieder. Sechs Stunden, das ist ganz gut. So, dann können wir hier garen. Können wir ja nix. Recyclingdose, so, Wasser. Garen. Düm-dü-düm-dü-düm. Ach so, wir hatten ja... Moment mal, wir hatten doch... Ähm... Wir hatten doch, ähm... Hier einen Schlafsack gefunden. Wo ist denn der? Hier. Schlafsack. Verwenden. Direkt hier am... Am... Am Feuer. Auf dem Feuer vielleicht. Ist schön warm. Warm. So, wir machen hier den Schlafsack. Feuer haben wir an. Wasser gart. Und dann können wir uns ein bisschen ausruhen. Ah, okay. Und hier können wir auch... Ähm... Bisschen schlafen. Feuer ist sechs Stunden. Dann machen wir mal vier Stunden schlafen. Und ausruhen. Dann sind wir wenigstens wieder ein bisschen warm. Feuer ist dann auch noch an. Und dann können wir gucken, dass wir... Jetzt was trinken. Ja, und ich hab Hunger. Das ist natürlich... So, Wasser. Hey, ja, aber... Nicht trinkbares Wasser. Hä? Gekocht. 30 Minuten bis Verkoch. Ah, Trinkwasser. Das kann ich jetzt trinken. Trinkwasser. Wasser. Garen. Nicht trinkbares... Hä? Das verstehe ich nicht so ganz. Trinkwasser. Nehmen. So, das müssten wir doch jetzt... Habe ich das jetzt im Inventar? Oder wie sieht das aus? Ausgehungert. Ja, ja, ich weiß schon. Ähm... Ist der Hilfe das... So, trinken. Ein Liter. Trinken. Nicht alles. Hat er jetzt alles getrunken? Der hat nicht alles getrunken wahrscheinlich, bis er keinen Durst mehr hatte. Okay. Ähm... Können wir uns denn jetzt hier in dieser... Recyclingdose... Ich möchte gerne den Tee machen. Wie kann ich denn den Tee machen? Kann ich dir jetzt einfach hier... Schnee 17 Minuten kochen? Hm. Ich wollte eigentlich meine Hagebutten da reinmachen. Dann habe ich einen Tee. So, aber wir haben... Erstmal haben wir immer noch Hunger, ne? Sonst haben wir ja alles. Warm genug ist. Trinken haben wir. Dieses Auge weiß ich nicht, was das macht. So. Gehen wir nochmal da unten hin, wo die Häschen waren. Wenn wir Glück haben, brennt das Feuer dann noch. Dann können wir uns gleich ein Häschen hier brennen. Äh, brennen, braten. Oder kochen oder wie auch immer. Aber ich muss erst mal richtig rauskriegen, wie man das mit den Häschen macht. So, wir haben jetzt hier Stein. Das ist... Ich weiß nicht, wie ich da direkt zielen soll. Hm. Wahrscheinlich wieder viel zu blöd dazu, aber... Ich habe doch keine Anhaltspunkte, wie ich jetzt hier ziele. Das war jetzt fast genau auf unserer Nase und der wirft trotzdem daneben. Muss ich das höher machen, oder wie sieht das aus? Kann ich... Kann ich nicht lieber eine Falle oder sowas bauen? Naja, gut. Das läuft weg. Ist klar. Würde ich auch langsam. Äh... Moment, ich muss mal eben noch ein paar Steinchen sammeln. So, aufsammeln, 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 aufsammeln. Und wieder in die Hand nehmen. So. So, da sind Häschen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt nochmal treffen soll. Und vor allen Dingen hoppelten sie ja dann auch weg. Ne, das war hier. Klar, springen. Hier war doch gerade eins. Da war es. Da war es. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Keine Chance, ey. Keine Chance. Ey, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Wie soll ich das denn machen? Voll doof, doof. Zwei Stück haben wir noch. Wo sind die anderen ganzen Steinchen jetzt? Ich brauche mehr Steine, um irgendwas zu treffen. Obwohl das ja auch nichts hilft. Da kommt eins. Ich nehme mal den Stein. Zielen. Och, ich bin auch blöd. Ja, das bringt es aber auch nicht, ne? Das bringt es jetzt auch nicht so wirklich. Das Zielen habe ich echt überlesen. So, ein Stein. Ein Stein. So. Zielen. Wohin zielt der denn dann bitte? Wohin zielt der? Jetzt kommt da auch noch Wind auf. Ja, Halleluja. Ich sehe uns schon wieder sterben. Und jetzt sind hier auch keine Steine mehr. Können wir nicht was anderes finden, außer Häschen? Ja, Stöcke. Äh, was? Hallo? So. Ein Stein haben wir noch. Also da liegt ein Steinchen. Noch ein Stock. Noch ein Stock. Und da sind auch noch Steine. Ja, ich werde verhungern. Ohne Mist, ich werde verhungern hier. So, nochmal. Wohin ziele ich denn jetzt? Hä? Hä? Also ich weiß es nicht, meine Lieben. Ich sammle jetzt hier nochmal ein paar Steine. Ähm, Moment, weglegen. Und mir wird schon schummerig. Alles klar. Alles klar. Ich würde fast sagen. Das machen wir auch nochmal. Ich meine, ich kann hier Steine sammeln, so viel ich will, wenn ich diese blöden Hasen nicht erwische. Ach. Deshalb sagte er. Ja, aber das hilft mir ja jetzt auch nicht. Ich brauche ja Hasen. Also ich brauche ja was zum Essen. Ne? Ich ziele jetzt mal so. Ich habe jetzt auf den Daumen gezielt, quasi. Das bringt einen Scheiß. Das bringt echt einen Scheiß. Bevor wir nicht rausgefunden haben, wie wir diese blöden Hasen hier jagen. Viel zu tief. So. Ich möchte wissen, wo er hinschmeißt. Ah, jetzt, 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 jetzt. Nicht. Nein. Nimm das. Nimm. Boah. Der soll das dann nehmen. Wieso nimmt er das denn dann nicht? Ich kann doch jetzt nicht erst... Oh ja, dann lege ich das aus der Hand. Und hier und da. Wie schnell soll ich dann bitte da sein? Oder muss ich das echt mit den Steinen dann komplett erschlagen? Wie soll ich das denn machen? Das kann doch echt... Das muss doch anders gehen. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. So, ich ziele jetzt noch mal. Das ist doch Quatsch. Hm. Wahrscheinlich werde ich euch das irgendwann zusammenschneiden oder so, bis ich hier rausgefunden habe, wie man diese blöden Kaninchen hier abwirft. Guck mal, das ist doch viel zu tief. Worauf zielt er denn dann bitte? Auf was bezieht er sich denn, wenn er die Hand so nimmt? Gehe ich mal ein bisschen höher. So. Das war jetzt zu hoch. Also, ich glaube doch, dass ich den Daumen als Anhaltspunkt nehmen muss. So, jetzt. Jetzt. Und hin. Und aufnehmen. Aufnehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war das Kaninchen. Aber der hat den voll den Hals zogen gedreht. Wie krass ist das denn? So. Moment, jetzt. Moment, 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 Moment. Wo war jetzt das Feuer hier von? Von dem, der hier war. Jetzt bin ich zu weit irgendwie weggelaufen. Scheiße. Ich verhungere jetzt trotzdem. Hallo, Hase. Hier, hier ist das Feuer. Dann machen wir jetzt, äh, Feuer machen. Feuer machen. Hier ist zu windig. Hey, es ist, äh, bzzz. Ja, es tut mir total leid. Es tut mir leid. Wir hatten jetzt einen Hasen, dann rennen wir wieder hier hoch. Wir rennen hier hoch. Wieder zu unserem, äh, Flugzeug. Da hatten wir ja auch, ähm, ein Feuer. Scheiße, jetzt ist er auch fast im Arsch. Ey, äh, wir sterben jetzt doch, weil ich nicht fähig bin, so einen blöden Hasen direkt so, zu fangen. Hier kommt er nicht mehr hoch, oder was? Hallo. So, komm. Beeil dich mal ein bisschen. So, ist hier jetzt auch noch zu windig? Ich hoffe nicht. Feuer machen. Feuer machen. Ist zu windig, um Feuer zu machen. Scheiße. Ey, das ist ja echt, jetzt habe ich mich so gefreut, dass wir endlich einen Hasen haben. Jetzt ist hier überall zu windig, um Feuer zu machen. Kann ich den auch roh essen? Das ist doch nie wahr. Ja, hier kommen wir nicht drüber. Wo sollen wir denn, dann machen wir irgendwo anders ein Feuer. Nee, nicht schleichen. Ich drücke immer die falschen Tasten hier. Hier ist doch überall windig. Bis ich da unten bin, ne? Entschuldigung. Entschuldigung. Dann müssen wir doch klettern. Jetzt hat er sich geprellt. Und ich brächte ihm noch die Beine. Und das alles nur für dieses Kackfeuer. Oh, nee. Klettern. Klettern. Ich gehe jetzt in unsere Höhle zurück. Einfach nur, weil es da, glaube ich, windstill ist. Und wir dann endlich diesen blöden Hasen braten können. Ist das zu hoch? Nee, geht, 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 geht. So. Ab in die Höhle. Die war doch hier, ne? Wo waren die? Hä? Da. So. Und jetzt können wir hier ein Feuer machen, oder? Feuer machen. Hier geht's. Alles klar. Oh je. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Ah, und ich glaube, das ist echt noch Tutorial und so. Ihr seht schon, wir werden nicht lange überleben. So, Moment. Brennstoff hinzufügen. Äh, das Buch. Wein. Wein. Ein von ein. Stock. Wir können ganz viele Stöcke reinschmeißen. Ding, 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 ding. So, Stöcke haben ja genug gefunden. So, und jetzt können wir garen. Keine Töpfe oder kochbare Gegenstände im Inventar. Ich möchte gern diesen blöden Hasen braten. Da, Hase. Ach, den muss ich erst zerlegen. Zerlegen. Wie nicht zum Zerlegen. Zerlegen. Ist jetzt nicht dein Spaß? Ach so, das Fleisch. So, zerlegen. Uah. So, haben wir das jetzt? Haben wir das jetzt? Bah. Zerlegen. Okay. Jetzt haben wir alles, oder? Haben wir den Hasen jetzt zerlegt? So, essen. Ne, ich möchte ihn jetzt gerne garen. So, Kaninchen. Auswahl. Ganz rohes Fleisch direkt auf einer beliebigen Höhe oder in einen Kochtopf. Okay. 34 Minuten. Essen. Och. Endlich. Wie mehr hat der nicht gebracht? Ohne Mist jetzt? Ohne Mist jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Hasen sollen wir denn dann bitte machen? Das war doch jetzt schon alles, was wir hatten, oder? Ey. Und das ist auf einfach, Leute. Ohne. Ohne. Oh Gott. Hier, machen wir noch ein bisschen Wasser. Wir haben echt nichts. Wir können nichts anderes machen. Wir haben einen so einen blöden Hasen gehabt. Äh, Wasser. Wieso, wieso haben wir... Wo ist denn unsere... Hä? Wo ist denn unsere Dose? Ach, die steht oben am Feuer. Och Mist. Die mussten wir wieder mitnehmen. Und schuldigung. Scheiße. Jetzt habe ich den armen Kerl auch noch verbrannt. Das gibt es damals. Ah, der Schmerz. Ja, es tut mir so leid. Aber wartet. So, Antibiotika. Erfälle in der Infektion. Schmerzmittel. So, verwenden. Verwenden. Besser? Ist besser, oder? Jetzt geht es ihm doch wieder besser, auf ich. Da ist immer noch... Die Gesundheit geht immer noch. Das tut so... Ja, aber Junge. Du hast doch schon Tabletten gekriegt. Dann nimm hier Antibiotika. Verwenden. Hä? Wieso ist das alles wirkungslos? Wolltest du mich verarschen, Spiel? Echt, jetzt mal. Das kann doch nicht sein. Was ist das denn? Werkzeug. Schlitter. Stein. Ja gut, das wissen wir ja. Aktion. Was können wir denn damit machen? Mütige Bettsteine. Okay. Können wir dann auch noch was herstellen, alles? Was haben wir hier? Frischer Darm. Muss zur Verwendung für die Herstellung von Reparatur, fünf Tage lang in geschlossenen Räumen, luftgetrocknet werden. Ah ja. Okay. Pelz. Kann ich mal... Muss zur Verwendung... In geschlossenen Räumen. Okay. Oh, Bucke. Butter. Zuhalwenden. Der Schmerzen. Wie machen wir das denn? Ich möchte gern Tee davon kochen jetzt. Stoff. Da steht nicht Aktion. Okay. Zerlegen wir einfach mal. Wir sind ja hier am Feuer. Das wird hier immer schlechter. Immer schlechter wird das. Jetzt habe ich ihm die Tabletten schon ein paar Mal gegeben, da steht es wirkungslos. Ich dachte, der Junge hat Schmerzen von Verbrennungen, die wir ihm zugefügt haben. Ja, weil das kann doch gar nicht sein. Fixieren. Verband mit Blutung, Stillen bei Verletzungen, Körperteile fixieren kann. Ja, ein Verband ist jetzt nicht so gut für Verbrennungen, ha? Da weiß ich jetzt auch nicht, was wir da jetzt noch machen. So, wie lange ist das Feuer noch? Drei Stunden. Also lege ich mich nochmal drei Stunden, nur zwei Stunden hin. Gott, ob das... Also... Das ist echt heftig, muss ich sagen. Also mir geht es immer noch nicht besser. Doch ein bisschen. Bisschen. Ausgeruhter sind wir jetzt. Oder? Wir haben Durst. Wir haben immer noch Hunger. Ja, weil... Das ist eigentlich zu schade, das Feuer jetzt hier... Kann ich eine Fackel nehmen? Brennen auch nicht so lange. Wasser können wir nicht. Möchte ich nicht. Garen können wir nicht. Ja gut, dann ganz ehrlich. Eine Stunde. Oh. Was? Was war das? Was war das? Was war wieder meine Maus? Ich bin unfähig. So, eine Stunde. Wir schlafen einfach noch eine Stunde. Schlafen einfach eine Stunde, damit wir das Feuer nicht umsonst da angemacht haben. Ach, das ist so blöd, dass ich oben die Dose halt einfach habe stehen lassen, ne? Okay. revis.